Hallo und Willkommen hier zu Pokemon Sammelkartenspiel Online. Wir haben hier vier Sonne Mond Booster Packs. Diese werden wir jetzt öffnen. Mit den anderen sechs werde ich noch ein bisschen warten. Von Stunde der Wächter. Vielleicht kann ich die tauschen oder nicht gegen andere gute Karten. Aber öffnen wir mal hier Sonne und Mond. Und wieder zwei, die übers Verdeckt sind. Und ein Kangama. Und das hier ist ein Rabigato. Und wir wollen natürlich das immer so machen. Zack. Aufreißen. Okay. Das ist nicht so schlecht. Was ist das? Giftstich. Hm. Das ist nicht so schlecht. Und Fuegro. Na ja. Vielleicht kommt hier noch was gutes. und dann könnten 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 ein doppel ding zuerst die ein kommen dann du da und das ist der eigentlich ziemlich gut mit seiner fähigkeit als außerdem ist ein basis pokémon normal also man kann alles in einem liegen und noch ein fuigro so alles haben wir da noch okay eben ist nicht so schlecht ich habe noch nicht das ist so niedlich du bitte maru und ernsthaft kolossant ein kolossant die kommen das nächste mal dran vielleicht kann ich noch ein paar sachen tauschen mal sehen dann bis zum nächsten mal